In diesem Video sind wir den geheimnisvollen Kräften von Magneten auf der Spur, reden über Magnete und ihre Pole, schauen in die Magnete hinein und zwar mit dem Elementarmagnetemodell, klären Magnetisierung und Entmagnetisierung und im Extrawissens-Spezial wird's diesmal global. Wir reden über den geografischen Nord- und Südpol. Ein Magnet ist schon ein krasses Teil, der hat quasi magische Fähigkeiten. Ohne dass ich dieses Auto berühre, kann ich es mit dem Magneten über den Tisch ziehen. Der kleine Flitzer hier wird von einer unsichtbaren Kraft angezogen und folgt unserem Magneten. Aber nicht bei allen Gegenständen funktioniert das. Während das Modellauto vom Magneten angezogen wird, rührt sich eine Glasmurmel nicht vom Fleck. Auch die Holzkugel und der Plastikball machen keine Anstalten sich zu bewegen. Auch dieser Gegenstand aus Aluminium bleibt lieber liegen. Bei einem Eisennagel funktionieren die anziehenden Kräfte unseres Magneten wieder. Unser Magnet kann also nur bestimmte Objekte anziehen. Seine Zauberkraft ist ziemlich exklusiv. Die Objekte, bei denen das funktioniert, nennt man ferromagnetische Stoffe. Ferromagnetisch ist ein Körper, wenn er Eisen, Nickel oder Kobalt enthält. Übrigens nicht alle Metalle sind ferromagnetisch. Aluminium ist auch ein Metall, aber auf das hier wirkt der magnetische Zauber überhaupt nicht. Deshalb bewegt sich unsere Alukugel auch nicht vom Fleck, egal wie sehr ich versuche sie mit dem Magneten dazu zu bewegen. Komm her! Ach Menno! Gut, ferromagnetische Stoffe und Magneten ziehen sich an. Aber die Kraft dieser Anziehung ist nicht an allen Stellen des Magneten gleich groß. Haue ich den Magneten in diese Schale voller Büroklammern, dann haften die nur an den Enden. In der Mitte des Magneten haftet nichts. Die Schwerkraft auf die Büroklammern ist hier größer als die magnetische Anziehungskraft. Es gibt also Stellen, an denen die magnetische Anziehungskraft besonders groß ist und Stellen, an denen diese Kraft ziemlich klein ist. Die Stellen an den Magneten, an denen die Anziehungskraft richtig stark ist, nennt man Pole. Unser Stabmagnet hat zwei dieser Stellen und zwar an den kurzen Enden. Er hat also zwei Pole. Wollen wir mal schauen, ob die Pole gleich sind oder ob es da Unterschiede gibt. Hier haben wir mal den einen Pol grün markiert und den anderen rot. Und damit wir die Pole besser untersuchen können, kommt noch ein zweiter Magnet zum Einsatz. Den färben wir aber noch nicht ein. Wir geben den Polen aber verschiedene Nummern, also 1 und 2. Seite 1 unseres Magneten stößt die rote Seite von unserem rollenden Magneten weg. Drehen wir den Wagen um, dann zieht die Seite 1 die grüne Seite an. Der Wagen rollt jetzt auf den anderen Magneten zu. Bei dem Ende Nummer 2 ist es genau umgekehrt. Das zieht die rote Seite an und stößt die grüne ab. Ha! Abgefahren! Die Pole am Magneten sind also nicht gleich, sondern unterschiedlich. Unser Magnet hat also zwei verschiedene Pole. Man könnte sagen, einen roten Pol und einen grünen Pol. Und wenn man noch mehr herumprobiert, stellt man folgendes fest. Gleiche Pole stoßen sich ab und ungleiche Pole ziehen sich an. Ich glaube, jetzt können wir den zweiten Magneten auch einfärben. Seite Nummer 1 ist dementsprechend rot, denn die stößt die rote Seite von unserem anderen Magneten ab und zieht die grüne an. Das Ende Nummer 2 wird entsprechend grün, denn das stößt ja die grüne ab und zieht die rote an. Jetzt haben die Pole nicht nur Farben, sondern auch Namen. Den grünen Pol nennen wir magnetischen Südpol und den roten Pol nennen wir magnetischen Nordpol. Süd und grün mit Ü und Nord und rot mit O. Ein Magnet mit zwei Polen. Magnetischem Nord und magnetischem Südpol. Aber können wir diese Pole auch trennen, indem wir den Magneten einfach in der Mitte durchbrechen? Teilen wir den Magneten in der Mitte, bekommen wir nicht, wie man es vielleicht erwarten würde, einen Südpol und einen Nordpol. Stattdessen bekommen wir zwei neue kleine Magneten mit je einem Süd- und Nordpol. Wir können also keinen Magneten mit nur einem einzigen Pol machen oder die Pole voneinander trennen. Ein Magnet hat immer zwei Pole. Wenn wir ihn durchtrennen, bekommen wir zwei neue Magneten mit jeweils wieder zwei Polen. Wir können mit diesem Versuch aber auch noch weiter gehen. Wenn wir die zwei neuen Magnete mit zwei Polen weiter teilen, haben wir wieder halb so große Magnete mit wieder zwei Polen. Und die können wir auch wieder teilen. Am Ende haben wir aus unseren Magneten einen Haufen kleiner Magnete gemacht. Und genau so stellen wir uns einen Magneten vor. Ein Magnet besteht aus Abermillionen kleiner Magneten, den Elementarmagneten. Ein Elementarmagnet ist dabei der kleinstmögliche Magnet. Und in diesem Stabmagneten sind die alle fein sauber in Reihe und Glied angeordnet. Das mit unseren Elementarmagneten ist nur ein Modell, das Elementarmagnetemodell. Es hilft uns, die Vorgänge in Magneten besser zu verstehen. In Wirklichkeit besteht der Magnet aus Atomen und nicht aus Elementarmagneten. Das wird aber schnell ziemlich kompliziert. Unser Elementarmagnetemodell vereinfacht die Wirklichkeit und wir können dennoch verstehen, was da im Magnet vor sich geht. Deshalb lieben wir Physikermodelle. Die Wirklichkeit ist kompliziert, aber ein Modell vereinfacht alles, um bestimmte Phänomene zu erklären. Das Elementarmagnetemodell erklärt die Phänomene rund um den Magnetismus. Jetzt führen wir den magnetischen Phänomen noch näher auf den Zahn. Mit dem Magneten kann ich die Büroklammern hochheben, mit dem Eisennagel nicht. Aber pass auf, was jetzt passiert. Ich fahre mit dem Magneten über den Eisennagel und schwupps kann der auch die Büroklammern hochziehen. Der Eisennagel ist selbst zu einem Magnet geworden. Er kann jetzt selbst auch ferromagnetische Stoffe wie diese Büroklammer hochheben. Unser Magnet hat ihn durch den Kontakt quasi infiziert und ihm auch magnetische Eigenschaften verliehen. Das nennt man dann Magnetisierung. Und das klappt nicht nur mit dem Eisennagel, sondern auch mit allen anderen ferromagnetischen Stoffen. Magnetisierung bedeutet, dass ein ferromagnetischer Stoff magnetische Eigenschaften bekommt, indem man mit dem Pol eines Magneten über ihn fährt. Aber schauen wir mal tiefer in den ferromagnetischen Stoff und zwar mit unserem Elementarmagnetemodell. Auch ein ferromagnetischer Stoff hat Elementarmagnete. Die sind aber anders angeordnet als bei unserem Magneten. Bei Magneten sind die ja total ordentlich ausgerichtet. Bei einem ferromagnetischen Stoff sind die allerdings wild durcheinander und die einzelnen Elementarmagnete zeigen in alle möglichen Richtungen. Streichen wir mit einem Magneten darüber, wie über unseren Eisennagel, dann werden die Elementarmagneten gewissermaßen geordnet. Sie richten sich jetzt so aus, dass sie alle in die gleiche Richtung zeigen. Unser Modell liefert also eine Erklärung dafür, was gerade hier passiert ist. In unserem Modell bedeutet Magnetisierung, dass sich alle Elementarmagnete in einem ferromagnetischen Stoff gleich ausrichten, weil sie mit einem Magneten in Kontakt gekommen sind. Aber bleibt unser magnetisierter Eisennagel jetzt für immer ein Magnet? Tja, das ist leider nicht so. Wenn wir dem Nagel Feuer unterm Hintern machen, draufhauen oder einfach lang genug warten, dann verliert er seine magnetischen Eigenschaften auch wieder. Dann kann er keine Büroklammern mehr hochziehen. Die magnetische Wirkung von einem magnetisierten Gegenstand ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Erhitzen, Erschütterung oder auch einfaches Warten zerstört sie. Das nennen wir dann Entmagnetisierung. Auch hier kann unser Elementarmagnetemodell eine tolle Erklärung liefern. Wenn wir den Nagel heiß machen, ihm einen kräftigen Schlag verpassen oder einfach lang genug warten, dann werden die vorher noch geordneten Elementarmagnete wieder zurück ins Chaos gestürzt. Die Unordnung ist zurück und die Elementarmagnete sind alle unterschiedlich ausgerichtet. Somit gibt es auch keine Pole mehr. Tja, so schnell kann es gehen. Ein fester Schlag? Und schon ist das der Sargnagel für die magnetische Zauberkraft unseres Nagels. Übrigens, bei einem normalen Magneten bleibt die magnetische Eigenschaft über einen langen Zeitraum bestehen. Er verliert im Gegensatz zu einem ferromagnetischen Stoff seine magnetische Zauberkraft nicht. Da diese Wirkung dann permanent ist, also nicht so leicht gebrochen werden kann, heißen diese Magneten auch Permanentmagneten. Hi, hi und ahoy! Ich glaube, ich drehe durch. Ich habe die Orientierung verloren. Nur gut, dass ich dieses Ding hier habe, denn das zeigt mir immer den Weg an. Auch der Kompass ist ein Permanentmagnet, der sich ausrichtet. Also eine frei bewegliche Magnetnadel. Und zwar zeigt er immer nach Norden. Damit ist gemeint, dass das rote Ende des Magneten, also der Nordpol, nach Norden zeigt. Hohohoho! Denn, was viele nicht wissen, wir leben auf einem riesigen Magneten. Jau! Der Planet der sieben Weltmeere, unsere Erde, ist ein gigantischer Magnet und umgeben von einem gigantischen Magnetfeld. Genau wie unser Stabmagnet hat auch die Erde zwei Pole, nämlich einen Nordpol und einen Südpol. Aber Vorsicht, jetzt wird es hochgradig verwirrend. Wir wollen ja wissen, wo Norden ist. Also Norden auf der Karte. Der geografische Norden sozusagen. Der Nordpol des Magneten zeigt immer zum geografischen Nordpol. Der Nordpol des Magneten wird aber nur vom magnetischen Südpol angezogen. Also muss am geografischen Nordpol der magnetische Südpol der Erde liegen. Na, kommt er noch mit? Alles voll umgekehrt. Und genauso verwirrend ist es am Südpol. Da, wo der geografische Südpol ist, ist der magnetische Nordpol. Puh. Und du stichst jetzt in den See, oder was? Das Einzige, was bei dir stich, ist wohl die Sonne. Naja, oben, unten, Nord, Süd. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Da kann man durcheinander kommen. Ich glaube, du brauchst euch mal einen Schlag, damit sich bei dir deine Elemente ausrichten. Ich geb dir gleich. Eine Retourkotte? Nee, ein Spickzettel. Ein Spickzettel. Ein Spickzettel. Ein Spickzettel. Ein Spickzeltel. Ein Spickzettel. x-klickzartz. Vielen Dank.